Wir hatten auf einem Bruch über das Recht, wo wir schon gesagt haben, eine Schildrunde, eine Kopfverletzung hat sich auch noch. Genau. Und dann redest du einfach ein bisschen. Und dann ziehst du nur einmal unten in der Ton auf. Soll ich mich erschrecken, dass du jetzt in der Absaugbereitschaft steht, Sauerstoff und Zina. Und drücken. Wir haben ihn erfolgreich wiederbelebt und fahren ihn jetzt mit Voranmeldung intubiert, beatmet ins DRK-Klinikum Westend, um den Patienten dort weiter zu versorgen. Wir haben ihn jetzt mit Voranmeldung. Wir haben ihn jetzt mit Voranmeldungen. Bis zum nächsten Mal.